Was ich am 26. Mai mache, da gehe ich zur Europawahl und das ist übrigens ein Sonntag. Das heißt, da muss man garantiert keinen gelben Sack rausstellen. Es gibt also auch keine Ausrede für Schwaben, da nicht nachzumgehen. Mir ist brutal wichtig wählen zu gehen, weil ich die Chance wahrnehmen will, die da drinsteckt. Also wir leben ja in einer Demokratie und dürfen unser Kreuzchen machen und mitbestimmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das komplett unverständlich, dass irgendjemand dieses Privileg gar nicht ausnutzt und dass irgendwelchen Leuten nicht wählen geht. Da gibt es Leute, die sagen, ich wähle nicht, ich sit da oben auf meiner Schwäbischen Alp, was soll ich da in Europa umeinander wählen? Ich wohne ja selber in Reutlingen am Fuss der Schwäbischen Alp. Ich bin hier aufgewachsen und habe die meiste Zeit meines Lebens auch hier gewohnt. Und das ist ja so, wie wenn wir sagen, dass Reutlingen nicht zu Europa kehrt. Das ist natürlich vollkommen neben der Kap. Also nochmal in aller Deutlichkeit, ich kann bloß jedem empfehlen, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen. Und übrigens die Ausrede, ich habe keine Ahnung, wen ich da wählen soll, ich weiß gar nicht, was die da für ein Wahlprogramm haben. Die zählt nicht, weil sonst gucken die Leute ja auch jeden Scheiß im Internet. Ja, dann können sie sich ja auch mal kundig machen, wer was im Angebot hat zur Wahl. Und ich finde es einfach wichtig, danach zu gangen, damit man mitentscheiden kann, ob auch in Zukunft der gelbe Sack regelmäßig hinausgestellt werden muss oder ob das irgendwann mal abgeschafft wird.